Christina Applegates Tochter hat auch eine schwere Krankheit Christina Applegates, 52, erkrankte vor einigen Jahren an Multiple Sklerose. Die Schauspielerin ist jedoch nicht die einzige in ihrer Familie, die mit einer schweren Erkrankung kämpft. In dem Messe-Sy-Podcast ihrer Mutter enthüllt Tochter Sidi nun, dass sie ebenfalls gesundheitliche Probleme hat. Ich habe etwas Namenspots. Ich habe keine Ahnung, was das eigentlich ist, aber es hat etwas mit dem autonomen Nervensystem zu tun und es beeinflusst mein Herz, verrät die 13-Jährige und erklärt, wenn ich aufstehe, wird mir ganz schwindelig. Meine Beine werden schwach und ich habe das Gefühl, gleich ohnmächtig zu werden. Aktuell sei die Krankheit nicht heilbar. Durch Medikamente würden die Auswirkungen jedoch milder ausfallen. Wie sehr Christina mit ihrer Tochter mitfühlt, betont sie während des Podcasts. Ich hasse es für dich, mein Schatz. Ich hasse es wirklich für dich, äußert sich die eine schrecklich nette Familie, Darstellerin und ermutigt die Teenagerin. Ich bin traurig. Aber ich liebe dich und ich weiß, dass es dir gut gehen wird. Ich bin für dich da. In ihrem Podcast gewährt Christina ebenfalls Einblicke in ihre eigene Leidensgeschichte. Zuletzt äußerte sich der Hollywood-Star unter anderem über seinen mentalen Gesundheitszustand. Ich bin gerade in einer Depression, die ich seit Jahren nicht mehr gespürt habe. Eine echte Scheiß-Depression, die mir ein bisschen Angst macht, weil sie sich wirklich fatal anfühlt, meinte die 52-Jährige und führte fort. Ich bin im Moment in einer Dunkelheit gefangen, die ich noch nie zuvor gespürt habe. Ich bin im Moment in einer Dunkelheit gefangen, die ich noch nie zuvor gespürt habe.